Hey Martin. Hi Nico. Du, ich räume gerade unseren Krafträumen auf, weil wir dürfen jetzt endlich wieder Sport anbieten. Und weißt du, was das wichtigste Gerät hier ist? Nee. Der Spiegel. Putzen. Naja, unabhängig davon. Du sag mal, wenn ein Waschbär ins Fitnessstudio geht, was passiert dann? Ich hab keine Ahnung. Er wird zur Waschmaschine. Egal. Letzter Tipp, mit dem Bizeps angeben. Ist ziemlich Oberarm. Wir sehen uns. Ja, ciao.